Dirk zieht sich aus, Dirk zieht sich aus, er zieht sich aus. Gott, jetzt sitzt er hier, wie Gott ihn schuf, mit dem Blatt-Sport-T-Shirt. Und einer Haselnuss vorm Schritt, ist ein bisschen zu groß die Nuss. Was? Aber Schwarzbraun. Hat es nicht Hugo? Nee, Heino. Und Otto hat es auch gesungen, in seinem ersten Film. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun soll mein Merdel sein, genauso. Mein Merdel. Merdel, Merdel. Optionsbestätigung, was? Ja, herzlich willkommen. Er ist gerade auf YouPorn, um Bestellungen aufzuliehen. Ich bin kein Mussmann. Und ich begrüße euch, meine lieben Nüsschen, während Klaus hier parallel reinsülzt. Steht doch alles da. Zu einer neuen Folge von Fönüsse mit Beschäftigtem Klaus und offenem Ohr Dirk. Gott, ich bin auch, ja, ich bin, ich reg mich hier nur gerade auf. Es ist halt, das ist ein dummer Scheiß. Was hast du denn? Wie mache ich das denn? Was hast du denn? Erzähl doch mal. Ich weiß nicht, ob das gute Nachrichten ist, sondern einfach nur üblicher Dumpfick. Ich tippe auf üblichen Dumpfick, aber erzähl. Ja. Optionsbestätigung, Euronics. Ach so, Casting oder was? Ja. Hast du mitgemacht? Ja. Ist doch gut. Haben wir doch beide gemacht. Aber für unterschiedliche Rollen. Ja, aber du hast jetzt eine Zusage gekriegt. Nee, Optionsbestätigung. Aber es ist jetzt genau das Gleiche. Von was denn? Ja, das ist halt nur der Scheiß. Nee, das ist Faceland. Aber der gleiche Scheiß, der auch auf dem Casting-Sheet steht. Also hä, ob die Optionen, die da drinstehen, von dir abgenommen werden? Ja, erste Option, von wo ist die Abreise, Abreise, Dreh, ab welcher Stadt. Seid ihr dumm? Ich dachte, das ist scary. Dafür habe ich den Scheiß doch rausgefüllt. Das ist ja schade. Lest, lest, Freunde. Aber hier, Josef hat geschrieben, ich soll fix antworten. Deswegen mache ich das mal ganz kurz. Ja, ja, mach das mal. Du kannst ja weiter über, wir können über die GZ reden im Hintergrund. Wie schön, dass er mich nicht reden lässt, sondern dass er mir sagt, über was ich reden soll, während du redest. Ja, du sagst einfach reden. Red, red, red. Ja, halt doch mal die Fresse. Meine Güte. Jetzt halt doch meine Chance, ja. Also bitte. Meine Güte. Unglaublich. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Weil er mich so, oh Gott. Er gibt mir zwei Sekunden, um zu überlegen. Mir wird immer gesagt, dass ich reinquatsche. Content, Content. Ja, bitte. Kannst du auch singen? Oh Gott, gib mir doch mal eine Sekunde Ruhe. Das ist das, was unser Podcast braucht. Eine Sekunde Ruhe. Auf dem Boden ist, glaube ich, ein Überfall passiert. Hier liegen Concealer und Klebeband und Taschentuch und eine Hantel. Und? Und eine Socke. Die Socke überrascht mich ein bisschen, aber. Ja. Ja, Klaus wohnt ja in dem Haus, in dem alles renoviert und aktualisiert wurde. Und es gab auch eine neue Klingelanlage und Gegensprechanlage und so einen Spaß. Die funktioniert auch immer zur Hälfte. Also entweder kann er einen hören oder er kann die Tür öffnen mittlerweile. Oder gerade ist, glaube ich, der Stand, dass er nur die Tür öffnen kann. Aber einen nicht hören. Nein. Auf jeden Fall ist er immer unten. Und wartet unten vor der Tür. Und muss vorher mit einem eine gewisse Zeit abmachen, weil wahrscheinlich die Tür auch sich nicht immer öffnen lässt. Ich will nicht ewig vor der Tür warten. So angenehm ist das Wetter jetzt Ende Januar auch nicht. Ja, gut. Ich bin ein bisschen irritiert. Was wollte ich denn? Wir waren gerade einkaufen. Wir haben halt die ganze Zeit geredet. Deswegen haben wir jetzt erstmal nichts zu erzählen. Ich könnte schon sofort mit der Frage loslegen. Ja, stimmt. Wir haben quasi den ganzen Tag zusammen verbracht. Ja. Deswegen sind wir auch so angenervt voneinander. Wir halten immer so eine Stunde aus. Aber wenn wir einkaufen und dann eine Aufnahme machen, dann ist es ja schon diese Grenze wieder überschritten. Ich könnte echt, also das ist bei, ich sage jetzt mal nicht, welche Casting-Agentur das war. Meinst du jetzt? Die das gecastet haben. Er hat einfach wie nur so einen zickigen Menschen nachgemacht mit Grimassen und blöden Hand. Also die, wo man auch wieder und wieder und wieder und wieder seine Telefonnummer ansagen muss. Ah, genau. Vorne an Empfang, dann nochmal aufschreiben und dann manchmal auch irgendwie später nochmal bestätigen. Der ganze Casting-Sheet ist auch schon. Alter, Geburtsdatum. Was? Was von beiden wollt ihr wissen? Ja, hallo. Wenn du an dem 1.5.73 geboren wurdest, dann bedeutet das ja nicht, dass einer von uns weiß, wie alt du jetzt bist. Ja, ich, also. Ja, das stimmt. Das ist halt auch ein wahnsinniger Papierscheiß. Und wenn du überlegst, alle, also es gab ja auch andere Casting-Agenturen, die diesen Scheiß noch gemacht haben und irgendwann gemerkt haben, es ist total smart, nur noch zu fragen, hat sich was verändert? Eure Daten haben sich grundlegend nicht verändert, aber vielleicht irgendwie habt ihr gerade irgendwas laufend. Bisschen zugenommen, eine Konfektionsgröße. Genau, Glatze, offen im Kopf oder sowas. Ansonsten, danke. Wir brauchen jetzt kein Stück Papier nochmal rausholen. Ja, vor allem halt so Grunddaten wie die fucking Telefonnummer. Und jetzt habe ich halt gerade diese Anfrage zur Optionsbestätigung bekommen, wo ich jetzt alles, was ich in den Casting-Sheet geschrieben habe, nochmal hinschreiben musste. Verfügbar. Erste Option für den Zeitraum. Also, ja. War das in Deutschland oder war das in? Das habe ich doch geschrieben. In Hamburg, ja. Nee, in Hamburg. Oh, meine Güte. Naja, so viel dazu. Stimmt, das Ding ist doch gar nicht durch, ne? Nee. Aber wenn es jetzt die Anfrage... Nee, Dreh ist ja auch... Also, Recall ist um 27. In Hamburg. Aber ist PPM nicht Ende dieser Woche? Ja, das heißt ja immer viel... PPM vor Produktionstreffen, da wird dann halt in der Regel, sollte an einem festen Tag festgelegt werden, unter anderem, welche Schauspieler dabei sind, welche nicht. Aber da habe ich letzte Woche auch mal wieder gelernt, ja, wieso PPM ist heute, aber das heißt ja nicht, dass der Kunde sich heute entscheiden muss. Ja, eben. Es ist ja, Dreh ist ja erst am Freitag. Das kannst du ja bis Donnerstagabend noch flexibel halten. Hattest du nicht mal sowas, wo es hieß von denen, pack schon mal die Taschen, der Zug fährt dann. Wir wissen aber nicht, ob es was wird oder nicht. Also, ich dachte, du, das ist schon mal... Ja, ich glaube, wir haben... Ich dachte, du hättest einen Zug gehabt. Ich hatte auf jeden Fall irgendeinen Flug, der zwei Tage vorher hätte passieren sollen. Ja, es war auch ein Flug, aber es war halt Samstag und Montag war der Anreisetermin. Und sehr viel melden uns heute im Laufe des Tages, ob das... Also, wir hatten ja schon öfter darüber geredet, aber ich verstehe halt nicht, wieso solche Firmen, dass nicht einfach Wochen im Voraus entscheiden können, wer in dem Sport mitspielt. Weil ja alles andere auch schon steht. Also, die sagen ja auch nicht irgendwie so, oh, zwei Tage noch, aber wir wissen nur noch nicht, welche Kamera wir wo mieten. Hast du vielleicht eine gute? Ja, bringen wir es mit. Hast du auf jeden Fall deine eigenen Hosen mitbringen? Es gab... Oh, das ist aber... Das passiert ja immer öfter. Also, dass du halt auch bei größeren Produktionen... Auch bei größeren, das ist halt... Das halt einfach gesagt wird, was ja auch stimmt, wenn man sagt, der Typ Mensch ist es, dann wird er sich wahrscheinlich auch nicht wie Kalle Pimmel anziehen, sondern so, wie er beim Casting halt aussah, das sind auch seine Klamotten, finden wir von einer Idee schon gut. So, und dann haben die das Gefühl, dass man nichts abstimmen muss, sondern da hat jemand mehr oder minder Geschmack und würde schon in irgendwie einem möglichen Outfit. Aber das ist so fremd von der Schauspielerei. Bring uns doch mal zwei, drei schwarze Hosen mit, die du hast. Ja, ich habe ja dann irgendwann, also zum Beispiel habe ich keine Anzüge mehr. So, wenn du hast, kannst du eine Anzüge, nein, habe ich leider nicht. Ja, und was ist das, wenn du einen brauchst, dann leihe ich mir einen. Das ist ja ganz schön auffällig. Ja, bei maximal einmal im Jahr geht es. Wenn überhaupt. Also, es ist halt echt, halt so wirklich so Sachen, die du halt einfach kaum brauchst, Anzüge. Ja. Ich habe halt einen, den ich mir irgendwann mal geholt hatte. Irgendwann, letzten Jahr im Sommer habe ich doch diesen Amok-Dreh gehabt. Dieser Imagefilm von dieser, egal, war halt auf jeden Fall irgendwie so eine Immobilienfirma. Und die haben halt alles übers Knie gebrochen und alles selber machen wollen. Hatten halt nur gemietet, zwei Mann Team. Also, es gab halt kein Catering und Kostümen und Masken, gar nichts. Und dann hieß es von wegen, ja, T-Shirts, bring mal so ein paar Basics mit. Das sind denn wie Amazon Basics. Ja, genau. Also, in deiner Welt haben Menschen das? So, ich habe halt in den, keine Ahnung, weiß, grau, schwarz, einfarbige T-Shirts. Ja, hat jeder, hat jeder. Also, wie gesagt, ich verstehe es halt auch nicht. Also, klar, wir haben halt beide irgendwie so das typische Casting-Outfit, gepflegtes Hemd. Aber was ist denn das? Das ist ja auch einfach, also, ich habe meist irgendwie karo oder einfarbiges. Ja, ich habe ein, genau, so mein typisches einfarbiges hellblaues Hemd, was ich nur zu Castings anziehe. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, so Klamotten auch nur maximal so drei Outfits. Ja. Und jetzt nicht eine Garderobe, so ein Schrank voll Casting-Klamotten. Und die ja echt manche so, die haben mit Sicherheit auch öfter mal einen Dreh, so. Die haben ganz klar, ich habe einen kompletten Business-Typen, ich habe einen kompletten Casual, ich habe ein Handwerk, ich habe alles komplett da. Und ich sage, wenn es bei mir passt, dann habe ich es. Aber ich, also, ich habe auch schon öfter gehört von Kollegen, wenn du irgendwie wartest, ja, man wird so oft mal angefragt als, keine Ahnung, dies, bumms, da habe ich mir da mal schon mal sowas geholt. Ein Blaumann. Ja, genau, so, dann hat man einfach mal so ein Kostüm, so einfach mal so. Was ja, ich meine, es ist ja völlig okay irgendwie, wenn du eine Garage hast, öfter an deinem Auto schraubst oder öfter irgendwas machst, dass du einen Blaumann hast. Ja, also nutzen, aber nicht, weil du sagst, ich habe dann mal so, boah, für volle Stimmung. Nee, aber es ist halt auch, es ist halt auch wirklich seltsam, ich habe halt auch super wenig verschiedene Hosen, also ich habe halt so meine, meine drei, vier Hosen, jetzt legt sich Dirk hier gerade, was für ein, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Otto-Model, aber mit so einem Internet-Marken-Shirt von Bloodsport. Das ist, ich habe mir, nee, es ist, mir ist schon ein bisschen kühl, also ich lege mir den Pullover mal neckisch um die Schulter. Jetzt hat er sich vor Wut die Kopfhörer rausgerissen, ich glaube, jetzt geht er und beendet die Sendung. Das wäre gut. Ich dachte, das würde okay sein, aber ich wusste nicht, dass ich das damit auslöse. Und jetzt, ja, stimmt, wer hätte das gedacht? So, warte mal, jetzt, ich, nur mal um Dirk zu spiegeln, werde ich mir jetzt, äh, oh, was ist das für ein Otto, jetzt zieht er den Pulli aus. Den Pullover ausziehen. Und gucken, wie das hier. Ich hatte den neckisch über den Rücken geworfen mit den Ärmeln vorne, oh Gott. Ah. Kannst du, kannst du dir neckisch einmal vorne so über die Brust so einen leichten, gefallenen Knoten machen, also nur so reinlegen, genau, wow. So, und jetzt sagen wir nicht, dass das nicht ein Mörder ablenkt. Aber weißt du, was irritiert ist, dass das T-Shirt zu kurz ist? Das T-Shirt? Ja. Nicht nach unten, sondern an den Ärmeln. Wenn du dich nach vorne legst, dann sieht es immer, also weil die, die Schulter, das Schulterende ist bei ihm halt, ich würde sagen, äh, ein Viertel, oh for fuck's sake steht drauf. Da ist ein Fuchs drauf und es steht drauf, oh for fuck's sake. Ja, die Schulter gehen, so ein Viertel seiner Schulter gehen also rein und da hört dann die Naht erst auf und deswegen stehen sie rechts und links ein bisschen so ab. So ein bisschen wie 90er. Da hat man ja auch mal gerne so zu enge Sachen getragen. Oh, jetzt hatten wir alles überworfen. Jetzt sieht er eigentlich aus so ein lässiger YouTuber. Ähm, ja, hallo, willkommen, mein Name ist Frido. Ähm, hier ist der internationale Kanal, wo wir unsere krassen Rollenspiele diskutieren. Und heute, wie alle Sprachstörungen, wie alle YouTuber. Ach so. Ich habe ja, Dortmund kennt ja so ein paar. Dortmund ist doch selber YouTuber. Auch so größere, ja, aber ich kenne ja echt so ein paar größere, regelmäßige YouTuber. Und Mann ey, das sind alles so ein paar charismalose Lappen. Ähm, unglaublich. Ich finde aber, das ist auch tatsächlich so ein Phänomen, also vielleicht ist es auch nur, weil einem im deutschen YouTube nur solche Videos vorgeschlagen werden. Aber die sind alle so. So Trendvideos. Ja, aber auch alle so halt so, so ohne Charisma, ohne Ausstrahlung, ohne Konzept. Und wenn ich mir halt die englischsprachigen YouTuber ansehe, also selbst. Entertainer. Ähm, ja, ja. Also und halt alle, die halt irgendwie einen Satz gerade ausreden können und halt gut sind in dem, was sie machen. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland werden halt auch von diesen Agenturen wie, wie heißt es denn, Alliance Network und so, werden halt auch gezielt einfach so Leute gepusht, die halt nur so, ja, ich bin 13, äh, oder ich bin 26 und hab das Selbstbewusstsein und den Körper eines 13-Jährigen, äh, hier sind drei krasse Fakten, ähm, die ihr noch nicht wusstet über Wasser. Äh, die, die chemische Formel von Wasser ist HO oder so. Ja, nicht schlecht. Ich habe letztens ein altes, äh, Video von dir gesehen, also irgendwie so in meinen, äh, Privataufzeichnungen. Genau. Und da hast du irgendwie am Tresen von einer Lampe besoffen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, das glaube ich. Äh, gesagt, warum so eine britische YouTuberin so brutal sexy ist, die halt immer, one, bla bla, two, dass die gestorben ist. Echt? Ja. Wie hieß die? Emily Hartridge. Oh, fuck. Äh, ja, ja. Oh, fuck. Ähm, ich hatte es neulich erzählt. Totaler Fan. Emily Hartridge, die halt wirklich einfach so Vlogs gemacht hatte und, äh. Aber du fandst sie brutal süß damals? Ja, ja. Die ist auch. Ja, oh Gott. Äh, nee, aber das ist irgendwie, also ich hatte ja halt immer deren Videos gesehen. Das waren immer nur so Vlogs, wo die so Blödsinn, Sketche und Quatsch gemacht hat. Ähm, die ist halt die erste, die auf so einem E-Scooter überfahren wurde in London und so. Von einer auch recht gefährlichen Kreuzung. Also von den Beschreibungen, die ich im Guardian gelesen habe, die Kreuzung muss sowas sein wie der Kotti. Also halt so Mörder unübersichtlich. Können Sie einen Tick runter machen? Ähm, genau und, äh, da gab es dann halt auf Social Media irgendwann die Meldung, äh, wo sich ihre Familie, äh, wann auch ich gucke mal so aufs Telefon, weil die Post gleich kommt und die ruft erstmal an hier. Das hat keiner gehört. Ja, aber ich, 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 ich sag's nur für dich. Ähm, und dann gab es, dass ihre Familie es halt übernommen hat und meinte, ja, wir müssen halt mitteilen, dass Emily ist bei einem Unfall verstorben. Und dann, ich hab dann halt irgendwie nach ein paar Monaten, dachte ich mal so, echt, es interessiert mich jetzt halt auch, ähm, was passiert ist. Ja, und das war halt der erste E-Scooter-Todesfall in Großbritannien auch. Ja. Ja, gut, so viel, äh. Die sind jetzt gar nicht mehr so in den Medien. Gibt's irgendwelche Beschlüsse mittlerweile? Ich hab halt nur mitgekriegt für die, ab diesem Jahr neue, äh, also Polizeistatistik fällt das nicht mehr unter weiteres, sonstiges sowas, weil die Unfälle und Todesdinger, so hoch sind, dass sie eine eigene Kategorie kriegen. Ich find auch die Begründung immer dann so, ja, aber es ist ein neues Verkehrsmittel, ja, und? Also, das ist, du kannst ja nicht die Leute dann erstmal als Versuchskaninchen mit ihrer Gesundheit da raufsteigen lassen. Mit ihrem Leben? Ja, ja, also ich mein, zum Glück sind die meisten Unfälle nicht tödlich ausgegangen, aber auch ein schwerer Beinbruch. Aber das Geile ist auch die ganzen Gründe, warum die E-Scooter kommen, äh, die dann ursprünglich angegeben wurden, haben ja alle nicht gegriffen. Also, die Leute aus dem Verkehr, also weniger Autofahrer, genau, Ökosysteme halt unterstützen, was überhaupt, überhaupt nicht der Fall ist. Hast du das mal bei Welke gesehen, wo er meinte, so pro Kilometer ist ein E-Scooter, ähm, so ökologisch wie ein Mittelklassewagen? Echt? Ja, also, das ist halt, weil die Herstellung Transportkosten, ja, und der wird ja, der Akku ist ja fest verbaut, das heißt, der ganze E-Scooter verschrottet, ähm, der hat halt die Ökobilanz von der C-Klasse. Und dann bei 28 Tagen im Durchschnitt halt irgendwie, die Halbwertszeit ist ja dann halt auch Wahnsinn. Da möchte ich auch mal die genaue Statistik gerne für Berlin von sehen, weil die, die ich hatte, ähm, mit den 28 Tagen, das war halt in den USA eine Stadt, und hier in Berlin ist der Straßenzustand ja erbärmlich. Ja. Also, hier sind halt einfach noch ganz viele alte Kopfsteinpflasterstraßen. Ja, ja, ja. Und, äh. Ich meine, also, wir haben ja mal so eine, so eine, äh, Fahrrad-Hate-Sendung quasi gemacht, so, weil sich ganz viele Fahrradfahrer haben mal so bestialisch gegenüber Fußgängern verhalten. Aber das hat ja auch einen Grund, warum sie überhaupt auf dem Fußweg fahren. Ja. Das ist ja halt auch, weil die Straßenstrukturen, als auch irgendwie, äh, die Möglichkeit für Fahrradfahrer auf den Straßen zu fahren und dann halt auch die Gefahr. Ja. Die Gefahr ist natürlich wesentlich geringer halt, eine Oma umzufahren auf dem Fußweg, als halt vom LKW mitgenommen zu werden, so. Und die Chance ist halt sehr hoch, bei den ganzen Bausteinen, Unübersicht, blablabla, da hätte ich auch gar keinen Bock. Und dann hast du, beim Helm hast du eventuell dann den Kopf halt noch gerade und trotzdem liegt dein Arm auf dem Blinker. Also, ja, aber auf dem Kotti ist es ja neulich passiert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo eine ältere Radfahrerin vom LKW erfasst wurde. Nee. Und halt auch, der LKW hat ja halt die Vorfahrt genommen. Und, äh, ich meine, der Cottbusser Tor ist halt auch, ist das so ein halber Kreisverkehr? Ja. Also, halt irgendwie so eine ganz komische, ähm, so typisch deutsch, so eine Kreisverkehrsführung. Ja. Aber eigentlich eine Kreuzung, ähm, auch mit Ampeln. Genau, wollte ich gerade sagen, wenn im Kreisverkehr Ampeln sind und da dann halt aber Fahrradfahrer noch ordentlich aktiv sind. Also, nicht wie bei Goldelse, wo du halt dann auch irgendwie zwei oder drei Ampeln hast und hast dann vier Spurenkreise. Aber da ist ja halt irgendwie so, also, du bist da halt nicht mit Fahrradfahrern unterwegs. Und da kann dann schon mal sein, Motorrad sowas, dass du im inneren Kreis plötzlich ein Fahrrad reinfährst. Wo du denkst, scheiße, ey. Also, da gibt's ja außen, ich weiß nicht, gibt's, glaube ich, schon Fahrradwege außen rum? An der Goldelse oder wo? Nee, nee, am Kotti. Ja. Ja, ja, die, ähm, der Radweg ist auf beiden Seiten am Gehweg. Ja. Und dennoch Leute dann sagen, also, ich meine, wie viele Fahrradfahrer, ist das zu langsam? Weil die halt dann nicht irgendwie, das ist ja halt auch die Idee, dass auf dem Radweg halt das Maximalgeschwindigkeit, das du, welche du schaffst, auf dem Fahrrad gefahren werden darf. Was ja nicht der Fall ist. So, es ist ja halt immer entsprechend der Sachlage, dass du halt dann in der Nähe von Fußgängern als auch von Autos fährst und dann dich da irgendwie bei 20, 30 vergnügen sollst und dann nicht irgendwie mit 73 oder so. Es ist mit Radweg, es ist ja auch rechtlich bindend, den zu nehmen. Ja, ja. Du darfst dann nicht auf die Straße aus. Ja, also, wie gesagt, da ist es halt, also, das ist halt auch scheiße, weil dann ist irgendwie so vier- oder sechsspurige Straße sogar auf der einen Seite und dann teilt sich die auf und hat immer so kleine Verkehrsinseln da. Das ist halt wirklich unübersichtlich. Ich dachte, ich hätte gelesen, dass das, wenn ein Radweg ist, dass du wählen kannst zwischen Radweg und Straße. Aber wenn kein Radweg ist, dann musst du Straße. Nee, ich glaube, du musst auch den Radweg nehmen, wenn einer da ist. Aber, ich meine, wie gesagt, trotzdem gibt es halt Gründe, warum du halt auf der Straße fährst. Und die sind halt auch nicht immer komplett frei. Vor an die Ampel. Und das Argument ist halt auch, auf der Straße sehen dich die Autofahrer tendenziell besser. Ja. Aber ich meine, wie gesagt, gerade die Skala, eine Spur ist fast immer gesperrt. Die Leute heizen da halt viel zu schnell lang, gehen viel zu schnell um die Kurven. Gerade, weil da ist halt auch alle 50 Meter, geht halt eine Seitenstraße rein und dann halt die Leute denken so, ich behol mal kurz und dann ziehe ich über die Spur und dann biege ich rechts ab. Wäre während halt irgendein Hermes-Boote in zweiter Reihe parkt. Das ist ja auch geil, dass halt gerne die Fahrradwege, die dann halt markiert auf der Straße sind, das sind immer die, die zugepackt werden von Autos. Also ein Auto hält nicht an und sagt von dir, okay, dann halte ich jetzt mal hier an und gut, ich bin Teil des Verkehrs und jetzt halte ich den Verkehr an, sondern ich fahre mal auf den Radweg. Weil das ist ja nur ein Radweg. Und halt selbst, also selbst wenn du einen Radweg nimmst, 1,50 Meter Abstand zu einem Auto ist halt völlig illusorisch. Du hast vielleicht 1,50 Meter Platz für dich zwischen den parkenden Autos und denen, die mit 60 an dir vorbei heizen. Vielleicht. Also bei jeder Nebenstraße ist halt 1,50 komplett Kille. Ja, also zumal ja auch einfach die Fahrzeuge immer breiter werden. Ja, ja. Also wenn du halt auf beiden Seiten irgendwie einen 90er Astra hast, ja, kommt vielleicht hin, aber wenn du auf beiden Seiten einen 7 hast, dann wäre ja auch wirklich, selbst wenn die gut einparken, diese scheiß Stadtpanzer, stehen die halt einfach zur Hälfte auf dem Radweg. Und du kannst ja auch nicht, also ich meine, es hat ja auch einen Grund, weil du kannst halt einfach nicht einsehen, ob du die Tür öffnest. Da haben sie halt auch gesagt, das ist halt auch so bizarr, dass man nicht sagt von wegen, ey, überdenkt das Ganze und entfernt euch mal von den SUVs, sondern dass sie sagen von wegen, jetzt neue Serien dürfen nur noch mit nicht ausschaltbaren Bremsassistenten gefahren werden. Du kannst da nicht mehr manipulieren, weil halt einfach die Umsicht von dem Stadtpanzer nicht existiert. Ja. Da an Parken und Autos fahren und sich dann halt irgendwie wundern, dass die ganze Zeit bei der Fahrt was piept, die denken, das Auto ist kaputt und denkst, ey, du fährst wie mit deinem Mittelklassewagen vorher genauso dicht, aber du hast jetzt plötzlich Meter zwanzig nach rechts noch mehr oder so. Und die Autos müssen zukünftig dann eigentlich die ganze Zeit stocken während der Straße, wenn irgendwie so ein Blinker oder irgendwie ein Fahrradfahrer da ist oder ein Außenspiegel, dann müsste das halt immer, die müssen alle trainieren, um erst ihren Panzer zu fahren. Ich meine, das kennst du ja auch, wenn du mal einen Transporter fährst. Ja, also da bin ich voll nervös. Ja, genau, aber das ist, und ja, die haben ja mehr oder weniger die Breite von einem Transporter. Und du siehst ja auch nichts. Fast auch die Sitzhöhe. Das ist ja halt auch das Geile. Du hast ja halt auch diese beiden Spiegel, wo du so ein bisschen siehst, auch wenn du dich streckst, so vielleicht mal mit ganz viel Glück, dass du so ein Teile vom toten Winkel, aber der tote Winkel ist ja direkt neben dir, aber hinten die komplette, der Arsch und so, der ist nur geschätzt. Und auch wie der ausschwenkt, so wenn du halt irgendwo Kurven fährst, das ist ja auch nur von dem, ich hoffe mal jetzt, oh Gott, wenn ich jetzt schon wieder an Umzug denke in der Straße. Ich habe mir letztes Mal ja Glück, dass Peter irgendwie eingewiesen hat und echt alles passte und super Platz gefunden haben, dass wir halt ein paar Sekunden nur vor der Tür, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann, ja, dass man halt dann irgendwie immer steht und hofft, dass die Autos vorbei, weil man ganz dicht am Parken dann auch, egal. Ja, das ist halt, ja, ja, und dann ist immer ein, hey, Ballkrepp ausparken. Ja. Meine Frage. Bitte. Haben wir noch 20 Minuten. Wir sind doch erst 20 Minuten an der Sendung. Ja, sehr gut geschätzt. Meine Frage, was waren denn die Spielsachen, mit denen der Klause Mann als Klause Kind gespielt hat? Was ist jetzt passiert? Ich hatte einen halben Fußball. Den musste ich mit meinem Bruder teilen. Also Thema Spielsachen, Kind, ist klar, ne? The Toys that made us. Diese geile Doku, ne? Diese Movies that made us. Ja, ich bin, ja. Ich meine, einfach nur die Info. Du bist ja nicht der Fanflake von Dirty Dancing und Kevin Alleyne zu Hause, aber die Info fand ich in zu sein. Die Idee ist schon, ja. Also die, also halt, außer so. In die Schwimmhalle von der Schule bauen, habe ich gedacht so, what? Ich, ich finde halt auch vor allem bei den Spielzeugen teilweise krass, wie viele Sendungen von damals um die Spielzeuge herum gebaut wurden. Also Transformers oder. Aber gab es das erste Spielzeug? Ja, Transformers waren japanische Spielzeuge und die Amerikaner haben gesagt, Freunde, baut uns eine Serie um die Spielzeuge. Und die haben mir dann einfach angeguckt, so, ja, Optimus Prime, Megatron, Decepticons, Kampf auf der Erde. Ich hatte welche, aber ich hatte diese scheiß Actionfiguren, die sich nicht transformierten. Das ist ja scheiße. Ja. Ja, aber die waren halt wie so normale Actionfiguren. Gab's Mask davor oder danach? Mir sagt das ja gar nichts, was er sagt. Was sagt dir gar nichts? Wir hatten da schon mal drüber geredet, aber, ähm, so aus der praktischen Erinnerung sagt, mir das nichts. Ja, wenn ich jetzt Mask google, dann ist es wahrscheinlich nur die Serie. Oder der Film mit Jim Carrey. Hieß das nicht die Maske? Ja. Wieso, wie kann ich denn hier bei dir nicht, wieso findet der denn hier, wieso, was? Was ist denn? Macht der nix, Internet. Wie, macht nix. Jedenfalls hatte ich Mask, äh, ich hatte diesen, diesen geilen weißen, was ist das, ein Lamborghini oder sowas, der hat mich so ein bisschen, äh, oder da sagt man Lamborghini. Man sagt Lamborghini. Hab ich's ja richtig gesagt. Äh, der hat mich ein bisschen erinnert an den einen weißen Wagen, aber ich glaube, das war ein Lotus beim Bond, der ins Wasser tauchte. Der unter Wasser, das ist ein Lotus, ja. Und, äh, genau das, und genau das konnte der ja halt auch, also der hatte halt Reifen und dann konntest du den halt irgendwie einklappen und dann war der halt unten komplett geschützt und rechts und links schob sich dann halt Flügeln raus und das war mein Ding. Und das, und der hatte, glaube ich, noch eine rote Kanone, äh, eine rote, äh, Rakete, Rot-Rakete, 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 South Park-Folge. Okay, okay. Lieber nicht drüber nachdenken, es geht um Hunde-Penisse. Rot-Rakete, 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 rot-Rakete. Ja, und das Ding fand ich halt super geil, weil ich, glaube ich, auch als Kind, äh, irgendwie, das Bond oder Ausschnitte sehen konnte oder das gesehen habe. Auf jeden Fall fand ich das halt total geil. Ja. Ja, aber erzähl mal, du hattest, äh, Action-Figuren von Transformers, die sich nicht verwandeln konnten, also scheiße. Ja, aber der, ein oder zwei, glaube ich, kann mich so richtig daran erinnern. Da kenne ich ja gar nicht aus, ich kenne nur Optimus Prime, aber der konnte sich ja verwandeln, ne, oder kann sich verwandeln. Ja, die, die, ich bin mir sicher, die Transformers in der Serie konnten sich auch verwandeln, aber die waren halt quasi, äh, in ihre menschliche Form transformierte Transformers, die aber halt dann dafür so ein bisschen beweglicher waren in den Armen und so, also du hattest, das konntest du halt wie Action-Figuren biegen und bewegen. Ich würde, ich würde jetzt ja auch mal tippen, dass Mass jünger ist, weil uns trennen ja fünf Jahre. Ja, eben, deswegen. Und deswegen habe ich gedacht, dass vielleicht so. Mein Gedanke. Also zum Beispiel hatte ich He-Man-Figuren. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch was sagt. Ja, He-Man sagt mir was. Da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Weiter macht von Grayskull. Cringer wird zu Battle Cat. Ähm, was für eine schlechte Serie. Ähm. What? Prinz Eisenherz-Friese. Voll gut. Hey. Und der Synchronsprecher, der He-Man gesprochen hat, der hat ja auch David Hasselhoff gesprochen in Knight Rider und den ganzen Sachen. Okay. Das ist leider schon verstorben. Prinz Adam. Ja, und der Skeletta-Synchronsprecher, das war so ein richtiger Theaterschauspieler, der immer böses R gerollt hat. Ich weiß nicht, ich habe noch irgendwie die Hörspielserie irgendwie He-Man und irgendwas mit Wasser, irgendwas Orca. He-Man zum Hören. Auf jeden Fall sind sie mit so einem. Immer noch. Mit der königlichen, mit der königlichen Galiere halt irgendwie über Wasser gefahren. Und dann kam halt so ein böser Wassertyp und hat das Wasser da eingefroren und dann war Skeletor da und dann kam irgendwie Orcas. Genau. Und dann hat er mal gesagt, Orcas, überall sind Orcas. Dann hatte ich Orca oder Orca, sondern Or-Or-Ka. Ja, aber die hatte ich und ich durfte nur die guten Figuren haben. Das war immer schwierig. Deswegen hatte ich zum Glück Man-E-Faces und der hatte oben am Kopf so eine Kurbel, da konntest du dann reden, der hatte drei Gesichter. Einmal so ein liebes, sehr männliches Gesicht, dann ein Robotergesicht und dann sah er halt aus wie Skeletor. Also meine liebsten He-Man-Figuren, das weiß ich aber auch vor allem aus den Erzählungen von Daniel Feit von GameTube. Stimmt, Daniel, ich sind ja ein Jager ungefähr. Der über Mossman geredet hat, also die He-Man-Figur, die mit Moos überwachsen ist. Der so richtig, richtig geschimmelt hat. Ja, und Stinkor. Es gab eine He-Man-Figur, die gestunken hat. Also der war halt quasi umnebelt mit diesem Zeug, was auch in diesen Furz-Spray-Dosen ist. Ach du Scheiße. Also wer da gedacht hat, das ist ein guter Marketing-Game. Ich hatte bei meiner Einschulung 87 hatte ich, ich weiß nicht, wie die hießen. Ich weiß nicht, ob es Brüder waren oder Bruder, Sohn und Vater. Und zwar so ein Steinklumpen. Also wie so ein Steinklops sah der halt aus. Sicher, dass du nicht einfach einen Stein bekommen hast? Voll gut. Und dann einfach nur eine richtig geile Geschichte von einer Mama. Der ist verwandelt. Das sind Stein und Felsor. Boah. Und wenn du schläfst, dann wachen sie auf und kämpfen gegen das Unrecht. Aber am Tag, wenn ich wach bin, bleiben sie zum Stein. Die verraten nicht ihr Geheimnis, Dirk. Nein, dem war nicht so. Du konntest die aufklappen und die waren halt einfach so eine, auch drinnen war halt wie so ein durchtrainierter Igel. Und draußen war halt keine Stacheln, sondern hatte halt einen Steinpanzer. Und die konntest du halt so als Klumpen. Deswegen, die waren ganz praktisch, wenn du nicht zusammen hast. Weil wenn die halt irgendwie vom Sofa fielen oder so oder die weggeschmissen hast, hat der keinen Arm verloren. Bei den anderen hast du mir ja gerne mal so drauf rumgetreten und dann war halt dann Man at Arms halt nur Man with a One Arm oder sowas. Den hatte ich ja auch. Das war ja der Vater von She-Ra oder She-Ra. Ich verwechsel die mal. Echt? Ja. Und meine Schwester hatte, glaube ich, She-Ra oder She-Ra. Ich verwechsel halt. She-Ra. She-Ra. She-Ra war ja dann diese ganze Feen gedönst. Die gab es bei Rat noch mal von Mattel. She-Ra? Also She-Ra sagt mir halt. She-Ra war halt. Ja, es gibt eine neue She-Ra-Serie, die. She-Ra. Die groß im Zentrum der Aufmerksamkeit so mit 30er trauriger Männer ist. Weil die neue She-Ra ist halt Zeichentricksäre für Mädchen. Es hat auch entsprechend gezeichnet. Und She-Ra ist nicht mehr sexy. Unglaublich. Da kaufe ich keinen Pepper mehr. Was für ein Skandal. Ja. Ja, ich hatte die Castle Greyskull. Alter Finne. Ich habe letztens überlegt, dass das alles weg ist. Ich habe mit Timo auch drüber gequatscht in der Gruppe. Und mit Festus, also Podelski. Und ich glaube, bei allen. Während ihr mit Castle Greyskull gespielt habt. Genau. Und ich glaube, bei allen war es halt so, dass die Eltern danach radikal, diese Werte, die jetzt ja echt richtig. Also okay, wir haben die alle bespielt und bestimmt angemalt. Und also, naja, ich meine, ich glaube, Timo oder irgendwer hat da immer so im Gesicht rumgemalt oder irgend sowas. Also irgendwann habe ich mal so ein Gesicht im Hinterkopf. Monchichi, weiß nicht, ob das wieder das auch sagt. Monchichi hatte Timo und hatte halt den, ich glaube, der da immer so eine Pelzweste hatte. Nee, das war jetzt kein, das war keine He-Man-Figur. Das war so für sich, das waren so eine knubbeligen, süßen Viecher. Ja, und Mon-Chi-Chi. Und die waren halt einfach nur so, die konnten irgendwie den Finger in den Mund stecken oder so. Wieso kann ich denn hier nicht ins Internet gehen? What the fuck, ey? Das weiß ich auch nicht. Also mir funktioniert es Problem. Dann google doch mal Monchichi, denn. Aber natürlich Monchichi. Das ist wie Monchérie. Ja, Mon-Chi-Chi. Monchichi, also C-H, C-H, also I, oder? Mon-Chi-Chi? Du bist der Mon-Chi-Chi-Expert. Ich hatte, glaube ich, gar keinen. Ich glaube, meine Schwester hat welche und ich weiß das Timo. Das sind affenähnliche Puppen, die 1974 von, oh mein Gott, der sieht aus wie, wie hieß der Igel von der Höhe zu? Der hat einen Namen? Ja, Matti oder so, der Igel? Mackie. Mackie, der Igel. Aber Mackie gab es ja, der wurde ja mal ausgeliehen zur Höhe zu. Ja, ich kenne den, ich kenne den von der Höhe zu. Ekelhaft, warte mal. Ja, genau. Unglaublich. Die ganze geile Frise. Und Timo hatte halt sein, irgendwann später stehen, er hatte halt immer ein Tütchen im Mund. Ich hatte mal Albträume von. Ja. Naja, und ich hatte Orko, den Zauberer. Orko aus dem Zauberland, reich bitte eine helfende Hand. Ich hatte das alles mal verdrängt, glaube ich. Und immer wenn er gezaubert hat, hat es geklingelt. Das war, das, Adaption später, Hex, Hex. Mich erinnerte der ein wenig an, wie hieß nochmal, der Außerirdische, den nur Fred Feuerstein sehen konnte. Ach stimmt, der mal so, der mit oft geredet hat. Genau, ja. Das war auch eine komische Idee, oder? Was war das für ein Ding? Ich weiß auch nicht. Es wird ja auch so als eines der Beispiele genommen für Jumping the Shark. Also wenn in der Serie eben nichts mehr einfällt. Und halt irgendein Blödsinn passiert. Und das ist auch so ein beliebtes Beispiel. Und bei der Kinderserie, da kann doch immer das Gleiche passieren. Also fast. So, das ist doch egal. Der rennt halt durch seine eigentlich fünf Quadratmeter Steinhöhle. Aber wenn der irgendwie von Wilma wegrennt oder auf sie zurinnt, rennt er halt einfach mal zwölf Kilometer. Wilma! Das ist auch eine Serie, die, glaube ich, zurecht gestorben ist. Und die sich niemand mehr erinnern muss. Ich weiß, dass ich früher immer zu meiner Mama gesagt habe, mach mir einen Brontosaurier-Burger. Bitte. Weil die da halt irgendwas gegessen haben. Und dann hat meine Mama mir so ganz krass geiles Gezaubert. Gestern habe ich es in einem Podcast gehört. Der Brontosaurus war ja lange kein Dinosaurier. Bis ich ihn gegessen habe. Nee, es war also Ende des 19. Jahrhunderts wurde entdeckt und man ging davon aus, es waren separate Dinosaurier. Und dann war im 20. Jahrhundert, war der Stand der Wissenschaft, nein, das war ein falsch deklarierter Apatosaurus. Und jetzt hat man aber wieder herausgefunden, doch, es gab Brontosaurier als separate Spezies. Pass auf, demnächst heißt Pluto auch wieder Planet bei uns. Du meinst den Hund von Goofy? Ja, genau. Rostig. Ja, gut, jetzt wissen wir aber immer noch überhaupt gar nicht, was du hattest. Bist du auch eine Actionfigur von... Lego. Ich hatte sehr viel, auch als jüngeres Kind, Duplo. Ich wollte gerade sagen, hieß das nicht Lupo? Nee, Duplo ist das, was schwerer zu verschlucken ist, aber nicht unmöglich. Aber wie, das hieß genauso wie zu derselben Zeit die Schokolade? Ich glaube schon. Das geht? Nee, Moment. Die hießen doch Lupo. Ich bin mir sicher, dass die Duplo hießen. Ich brauche hier gar nicht nachgucken, geht ja bei mir nicht. So. Willkommen in der Recherchehölle bei Klaus. Duplo. Steine. Lego Duplo. Tatsächlich. Aber wie hieß denn die Schokolade? Duplo ist auch die längste Praline der Welt. Das ist es, ne? Ja. Und da gibt es auch noch die Duplorone, oder? Gott, was wir hier aufgedeckt haben. Ist das vielleicht alles dasselbe Grundstoff? Dirk, du hast einen roten Laserpointer auf dem Kopf. Nicht bewegen oder wegspringen, ich weiß immer nicht. Je nachdem, die Katze springt dich gleich an. Baf, Baf, nicht bewegen, Baf. Was für eine Szene? Aus welchem Film? Kevin allein zu Hause. Nice. Eins? Ja. Aber ich schätze mal, in zwei haben sie den Gag auch wiedergebracht. Wahrscheinlich, ja. Mit der Vogelspinne auf der Brust. Und Donald Trump im Hintergrund. Das war im zweiten Teil. Gott, das ist schön, ey. Warum durfte der diesen Jungen anfassen? Da wusste man noch nicht, was man heute weiß. Na, wahrscheinlich schon. Ja, Lego hatte ich auch. Aber Duplo hatte ich zum Beispiel nicht. Ich hatte Holzsteinchen irgendwie im Kindergarten. Und dann, glaube ich, zu Hause. Zu Hause auch. Und dann später Lego. Aber da gab es halt noch nicht die geilen Lego-Sachen. Also ich habe es mitgekriegt, gerade in Umbruch. Oder beziehungsweise die Erweiterung, dass es dann irgendwann halt Lego-Technik gab. Und das fand ich ja ein geiler Scheiß. Ich hatte irgendwie The Moon Train oder sowas. Das ist halt so eine komische Mondbahn, die halt einmal im Kreis fuhr. Mit Batterie und kleinen LED-Blinklichtern und sowas. Stimmt, ich hatte auch den Lego-Technik-Motor. Ja, der war da drin. Und den konntest du halt dann auf andere Sachen so bauen. Ja, genau. Das war schon geil, ey. Lego-Technik war schon ganz geil, ja. Hast du Fischertechnik gehabt? Nee. Hatte ich auch nicht. Aber ich glaube, Henning hatte Fischertechnik. Weil Fischertechnik war ja eine deutsche Erfindung. Ich glaube, es sind auch Fischerdübel parallel. Ja, klingt nach so irgendeinem schwäbischen Unternehmen. Und Lego ist doch Dänemark, ne? Ja. Kommt von gutes Spielen. Spielgut. Ah, stimmt. Spielgut oder so. Irgendwie sowas. Das habe ich nicht gemerkt, dänische Flughäfen, da hast du ein überall Monster-Lego-Paradies und ab dafür. Ja, ja, genau. Da wird auch nicht geguckt, ob halt irgendwer sich da mal was in die Tasche steckt, weil glaube ich, jeder halbe Stunde kommt da jemand mit so einer halben Tonne und schüttet das Kind wieder voll. Also grundlegend finde ich das schon eine geile Sache. Andererseits natürlich auch eine Scheiße mit dem Plastikrotz. Also was ich glaube ich jetzt machen würde, was es halt mittlerweile sehr, sehr häufig gibt und was total gut und einfach ist, weil Spielsachen auch irgendwann uninteressant sind, dieses Intervallaustausch von Spielsachen. Und da gibt es bei Lego halt auch, dass du dann Original-Lego gebraucht, gereinigt, desinfiziert, bla bla, mit halt so einem kleinen Büchlein bzw. Download-Link oder so ein Zeug und dann hast du halt die Packung und dann kann das klein mit spielen und dann siehst du halt nur zu, dass mehr oder weniger alles dabei ist. Dann schickst du es nach einem Monat wieder weg, die ganze Lego-Box, wo du tausend Sachen mitbauen kannst, da wird kontrolliert, wie viel fehlt, dann zahlt es halt 20, keine Ahnung, was dann halt fehlt nach und dann gibt es was Neues. Und das ist halt irgendwie weniger Kosten. Natürlich bist du immer in dieser Abo-Falle, wie mittlerweile ja alles, dass du dauerhaft zahlst. Aber ich meine, das ist halt das Geschäftsmodell, dem wir halt gerade von allen Seiten ausgesetzt sind. Aber das ist halt auch der Überschuss. Also wenn du alles hast, dann musst du irgendwas auf Zeit kriegen. Und das ist doch viel geiler, weil dann bist du halt ewig angepimmelt. Ja und genau, du zahlst halt für die Unternehmen und du zahlst halt ewig. Ansonsten zahlst du nur einmal und kannst irgendwas ewig genießen. Was für ein Scheiß. Das ist dumm, ja. Ich meine, das kannst du halt auch, bei den Dingern kannst du halt dann auch Sachen final kaufen, wenn du merkst, von wegen, da hängt jetzt ein bisschen Herz dran beim Kind. Dass du nicht sagst, du weißt, dass das Kind dann immer so in so einer Tauschwahn groß wird, dass dann halt irgendwann mit 16 sich nur noch zuscheißt mit dummen Fick, weil die Eltern immer gesagt haben, abgeben, abgeben, abgeben. Und dann heißt es irgendwann, Alter, ich brauche mir ein Zimmer, wo nur Streichhölzer liegen oder sowas. Ich habe nur so ein Marie Kondo Gedenkschrein. Marie Kondo? Das ist diese Inneneinrichterin, die auch eine Netflix-Show hat. Ah. Die immer dieses... Bettina Wittler zusammen. Genau das im Gegenteil. Anstatt dir alles zuzumöhnen, if it doesn't spark joy, schmeiß es weg. Was ist spark joy? Wenn es keine Freude entfacht. Alles, was dir keine Freude mehr bereitet. Das war quasi ein Catchphrase. Bereitet es dir noch Freude? So, nee. Raus. Ja. Wenn deine Steuerunterlagen bereiten, die dir noch Freude? Nee. Raufgeschissen. Das ist ja auch ein bisschen so die Grundwerte von Minimalismus, dass man sagt von wegen, da geht es ja auch erstmal darum, fassst du es an, nutzt du es, siehst du es. Und da ist ja dann irgendwie, dass man sagt von wegen, ey, pack alles, was du erstmal so die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre nicht mehr getragen, angezogen, irgendwas, pack in eine Kiste und guck, was das mit dir macht, wenn das im Monat da drin liegt. Und man sagt, ja, dann kann die Kiste auch woanders stehen, beziehungsweise auch weg. Und so kannst du dich nach und nach trennen und nicht von wegen, ich will aber gar nicht, guck erstmal, was du machst mit dir. Genau, es gibt auch diesen Trick, in Anführungszeichen. Du drehst deine Bügel um im Schrank und alles, was du anziehst, dann setzt du den Bügel wieder auf normal. Und dann kannst du gucken, wie viele Sachen du ein Jahr lang gar nicht angezogen hast. Ja. Ich habe so viel, was ich, glaube ich, in Jahren nicht angezogen habe. Und trotzdem schmeiße ich immer so, also nicht weg, sondern halt Altkleider oder abgeben. Momox nimmt ja jetzt Klamotten. Ja, das ist schon auch länger. Ja. Und ich dachte, super, ich kann ein paar alte Sportscharts loswerden, aber die nehmen sie ausgerechnet nicht. Ja, beziehungsweise nehmen die halt bei Klamotten sowas, du musst richtig hochwertiges Zeug haben, und dass du überhaupt noch was kriegst, ansonsten sind es so Centbeträge. Also ich meine, es ist okay, wenn du sagst, ich habe viel und es soll nur weg, dann sind die ganzen Rebuy und sonst was Seiten immer ganz cool. Aber wenn du sagst, mal gucken, ob es da was für gibt, dann musst du halt Zeit in die Hand nehmen und Ebay klein anzeigen und den ganzen Scheiß. Aber okay, wir haben jetzt Lego und wir haben ... Ja. Aber Lego hatte ich auch mordsviel. Also wirklich auch so eine Burglandschaft und ein Piratenboot. Also ich hatte echt, ich kann mich an eine riesige blaue Kiste erinnern. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viele Bausätze gekriegt habe. Ich habe halt irgendwann mal so ein riesiges Raumschiff. Ich weiß nicht, weil Star Trek war ich halt nie der Fan, aber Star Wars fand ich immer lustig. Und ich weiß, dass ich so was ... Ich hatte jetzt nicht den, wie heißt der, nicht Firebird. Millennium Falcon. Millennium Falcon, sondern die ... Ach nee, Kampfstern Galactica. Das war doch auch noch was. Ja. Oder mit diesen Zweierdingern so. Ich glaube, Dirk macht gerade einen X-Wing vor. Okay. Die bei Kampfstern Galactica hatten quasi drei. Oben so einen Ruder und dann gingen zwei jeweils nach unten weg. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich glaube, so ein Ding hatte ich oder sowas habe ich mir nachgebaut. Ich weiß nicht, irgendwie so. Ja. Und die fand ich halt immer richtig geil. Die hatten auch ihre 70er-Jahre-Anzüge immer. Ja. Wahrscheinlich in den 70er-Porten. Es gab auch ein Reboot von Battlestar Galactica aus den frühen 2000ern. 2007, 2008, so aus der Richtung. Weiß nicht. Es hat Anfangspotenzial. Ja. Wie war denn bei dir sowas mit Basteln? Bastelscheiße. So, dass man sagt so, oh, guck mal, Oma, Mama, Papa, Opa, Onkel, irgendwer hat jetzt Kastanie mitgebracht. Ich glaube, gebastelt habe ich gar nicht so relativ viel gemalt. Ah, du warst so ein ... 2D. Ich habe nicht an die dritte Dimension geglaubt. Nee, das ist auch ... Die setzt sich auch nicht durch. Ja. Da lachen ja auch alle Punkte. Du hast viel gebastelt. Ich glaube, nee, ich ... Also in meiner Erinnerung ist es ja nicht so, dass man als Kind groß gewählt hat, sondern da kommt jemand hin und sagt, hier, Spaß. Und als Kind ist man nicht ... Nee, das mag ich nicht, das mag ich mehr, sondern ... Okay. So. Und ich glaube, ich wäre sehr genügsam. Nur ich weiß. Ja, genau. Hier ist ein Eimer Farbe. Trinke nicht. Okay. Nicht. Ja, ja, ich weiß. Spucke mir aus. Okay, okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gemalt habe. Nee, ich kann mich daran erinnern, dass halt irgendwie mit so Hand-Mini-Bohrern, dass dann halt einfach kleine Löcher dann in Kastanien gedrückt wurden. Und wenn man halt drei Streichhölzer irgendwo reingedrückt hat, war das ja schon fertig. Stand und ... Das ist ein Pferd. Genau. Aber nicht jedes Pferd hat nur drei Beine. Ja, ich weiß. Das war ... Und dein hat keinen Kopf. Drei was? Willst du damit sagen, dass drei Beine aus dem Kopf des Pferdes kommen? Ja. Warum isst du es denn jetzt schon wieder? Ich esse es nicht. Ähm ... Das ist doch einfach eine gute Sketch-Reihe. Also eigentlich nicht. Aber mich berührt sowas schon wieder. Äh, ich weiß, auch wenn ich Sachen gebastelt habe, dann immer was Flaches. Also habe ich dann so Pappe ausgeschnitten und aufeinandergeklebt. Ein Penis-Animationsgerät. Was könnte flacher sein als ein Penis? Das zweidimensionalste aller Objekte. Ich dachte, jetzt flacher Gag. Flach. Bei meiner Stief-Oma hat, ich glaube, es war meine Oma oder Opa, die haben immer gerne 17 und 4, Blackjack, mit uns gespielt. Einfach mal die Kinder relativ schnell an irgendwie Spielsucht bringen. Und dann halt auch immer mit Fälligen. Muss ja, muss, ne? Ja. Krass war, Opa hat immer die Bank gemacht. Und Opa hat immer uns alle, so wie er gesagt hat, getötet. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, welche Prägung dahinter steckte. Und zwar, weiß ich, hat er dann ausgeteilt. Hast einen Zehner gehabt. Hast du noch zwei Buben gehabt. Hast einen 14 gehabt. Und er dann zuckt schon mit der Hand auf der Karte. Na, einen nimmt er noch, einen nimmt er noch, einen nimmt er noch. Und dann die Zehn. Ha, tot, ha, tot. Und dann ist es immer so. Ja, das waren so Damen, bin ich groß geworden. Und der hat halt echt fast immer gewonnen. Also es war ja auch deren Geld. Er hatte einen Ledersack, Opa hat alles gesammelt. Einen Ledersack voll Münzen. Und ein Sack war, glaube ich, nur, ach so, okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Voll zehn Pfennigstücke. Und dann war ich mal froh. Zum Schluss habe ich dann als Trostpreis, glaube ich, eine Mark gekriegt. Hier, fürs Mitmachen. Kommst bald wieder, ne? Ja, weil ich habe immer anschreiben lassen. Ich habe mir dann noch mehr Geld geliehen und noch mehr Geld geliehen. Weil ich nicht auch... Kann ich noch einen Kredit haben? Opa, es läuft gar nicht so gut. Ja. Dass du nicht von einer Mafia totgeschlagen wurdest mit elf, ist ein Wunder. Oh, bitte, ich brauche noch ein bisschen Geld. Ich bin totgeschlagen. Also bitte. Was hast du, hast du das Gefühl, was die Mafia denn für mit Toden an den Tag legen? Okay, kommt auf die Mafia. Was ich da eigentlich sagen wollte, hat, glaube ich, Oma uns gezeigt, wie toll das ist, wenn man halt, weiß ich nicht, fünf, zehn Pfennige hinlegt, da ein weißes Blatt Papier drauflegt und dann mit einem Bleistift drüber schrubbert. Ja, ah, ja. Solche Sachen. Und dann halt einfach mal in mühevoller Kleinarbeit sich Papiergeld dann in... Ja, das war... Da hast du mich dann auch gekriegt. Da habe ich dann auch irgendwie ganz... Guck mal, wie deutlich das das abbildet. Ja. Dirk hat versucht, alles abzupauschen. Also Gesicht ging nicht, aber sonst... Abpausen, stimmt, ja. Ach, Pausen, nicht Pausen. Pausen hieß es bei uns. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so ein Lokalbord, was nirgendwo richtig... festgelegt ist. Hast du... Hast du Spielzeugautos gehabt? Stimmt, da wollte ich am Anfang, als du kurz zu Autos geschwenkt bist, zu deinem Lotus-Lamborgi-Chini... Ja. Ich hatte so Matchbox-Autos, ja. Also nicht immer Matchbox. Sag mal, man hatte ja immer dann so diese klassischen... Aus dem Metall und dann Räder und so aus Plastik. Ja. Da hatte ich so einen ganzen... So einen undeklarierten Sack voll. Und auch so sexy Spielzeugautos wie ein Volvo-Kombi oder sowas. Ach, geil. So ganz typische Alltagsfahrzeuge. Ja, die müssen halt eigentlich alle von so einem Modelleisenbahn-Set oder so gewesen sein. Ja. Dafür war es halt ein bisschen groß, aber halt wirklich so... Alltagsfahrzeuge, mit denen halt kein normales Kind gerne spielen will. Oh, geil. Ein Kadett in beige. Geil. Aber das ist irgendwie mittlerweile schon ziemlich geil. Bei uns hießen die immer Eisenautos. Ja. Und davon hatte ich halt auch ein paar. Und dann gab es damals einen Film viel, viel, viel früher als Gun in 60 Seconds, aber quasi wie das Original davon oder sowas. Wie halt dann irgendwie bei so einer großen Veranstaltung, wo ganz, ganz viele Reiche waren, halt irgendwie so eine große Autodeep-Stil-Bande da halt irgendwie alle Autos geklaut hat. Und dann natürlich mit Action, Verfolgungsjagd, etc. Und ich habe dann halt irgendwie alle Autos immer so aufgereiht wie so ein Großparkplatz. Und wie dann halt so einer langsam, den dann so rausfährt und wegfährt und dann die Verfolgungsjagd und alle anderen fahren halt auch. Und da konnte ich mich mal verlieren. Aber halt auch Stunts aus Knight Rider nachgespielt, dass man dann halt immer dieses bizarre Geräusch vom Springen des Knight Riders versucht, als Kind nachzumachen. Parallel versucht nochmal ein... Duke's of Hazard County war auch so eine meiner Serien damals. Ein Duke kommt selten allein. Stimmt. Oh, es regnet bald. Die Autos fliegen tief heute über Hazard County. Das war doch bestimmt auch Rainer Brandt, der das synchronisiert hat oder geschrieben hat. Das ist, ich glaube, heute so eine ganz, ganz fragwürdige Serie. Ja. Die beiden Weißen in den Südstaaten und die Autos heißt General Lee. Hatten die nicht sogar auf dem Dach die... Ja, die ist ja auch noch die offizielle Landesflagge von Alabama oder so. Es gibt ein paar Südstaaten, wo die noch drauf ist. Es ist... Heute sagst du auch eigentlich nicht mehr General Lee, weil er halt kein General war. Sondern war halt nur... Mr. Lee. Ja, der war halt einfach so ein Warlord irgendeiner sich lossagenden Truppe. Also deswegen wird halt in den offiziellen Texten... Es gab dann vor ein paar Jahren mit Trump irgendwie mal den Streit, weil er natürlich auch General Lee gesagt hat. Aber dann ist doch bestimmt eigentlich wie so, wie halt irgendwelche... Wie heißen die Spinner nochmal, die Deutschland nicht anerkennen? Ach, Reichsbürger. Ja, genau. Da gibt es auch welche, die sagen von wegen, ich bin hier Kanzler, König, Kaiser. Ja, ist ja jeder gleich immer Amtsträger dann. Aber ich meine, das ist doch eigentlich ähnlich dann, dass sie auch sagen, wir sagen uns dem und wir sind dann auch gleich, wir haben gleich einen Adelstitel. Ich meine, war halt ein Bürgerkrieg, einer wird halt zum General ernannt, aber das heißt ja immer, wenn der Staat nicht als Staat anerkannt ist, hat er auch keinen offiziellen Militärrang. Aber die Reichsbürger haben ja untereinander ja auch irgendwie einen gewählt. Ich glaube, da gibt es mehrere, die sich alle für Reichs- und Vize- und Kolonialkanzler und so halten. Krass, ey. Ich bin Oberfürst des Protektorats Nord 3. Nice. Das erstreckt sich vom Pennymarkt bis Zoltanke. Bis Rand Phantasialand. Ja, Dorfkinder. Um mal Julia Klöckner zu zitieren und ihre neue coole Kampagne. Muss mal. Ja, das führt nur zu ausgeprägtem Kopfschütteln, wofür da wieder Geld draufgegangen ist. Ist das nicht Gesundheitsministerin? Nee, Julia Klöckner ist Agrar, Landwirtschaft. Das ganze Gedönsen. Ja, jetzt eine coole Kampagne mit Dorfkinder und wie cool Dorfkinder doch sind. Auch natürlich sie erntete Spott und Häme, weil es hieß direkt danach, Dorfkinder brauchen 10 Minuten, bis der Post geladen hat. Ja. Ja. Hattest du, was ich nicht hatte, was gerade so aufkam, als ich da echt keinen Bock mehr drauf hatte? Oder ein bisschen habe ich, glaube ich, mitgemacht, aber dann dachte ich, hattest du Stickeralben? Uh, boah, ja, das werde ich jetzt nicht so als Spielzeug deklarieren. Ja, ja, okay. Zu allem. Auch zu Filmen, die ich nicht gesehen hatte. Achso, ich meine jetzt nicht diese Panini-Dinger, wo man echt immer, es gab ja halt auch einfach diese Blanco-Alben, wo man dann halt mit Glitzer, mit Stoff, mit Zacken, mit all so einen Scheiß, wo die sich halt immer so, und die hatten dann plötzlich eine Wertigkeit und, oh, ich tausche drei Bananen-Äffchen gegen ein Tyrannosaurus-Penis oder so. Ich glaube, ich hatte ein paar. Also, weil die Panini-Dinger fand ich auch geil, weil es hat so einen normalen Sammelreiz ausgehört. Also, ist ja auch tatsächlich heute noch oft in, dass erwachsene Männer sich die Fußballbildchen holen. Ja, was ich scheiße finde, wenn die sich halt einfach pauschal die alle richtig bestellen, kaufen. Ja. Weil das ist ja das Dumme. Du willst, also ich hatte ja dann irgendwann zu Hause wirklich so mit Gummiband umwickelt, so faustdicke Doppelte. Oder dann denkst du, jeder hat halt, keine Ahnung, Tante Käthe, Alter, die brauche ich nicht mehr. Ich hatte halt irgendwie so einen, was war 80er, wann war? WM? 90. 86, 94. 86, ich glaube 86 hatte ich das Album und die Deutschen hast du halt zu Hauf gehabt. Aber halt irgendwelche anderen Länder, da hast du immer gedacht. Ich glaube auch, also Panini wird es ja auch sicherlich so dosieren, dass einfach halt national die Chance höher ist, dass die Leute Spiele aus ihrem Team ziehen. Und ich hatte das He-Man-Album, das fällt mir an. Also geil war, wenn du so ein Vierer-Bild hattest und das dann irgendwann zusammengekriegt hattest. Und also ich hatte echt von He-Man echt viel. Niemand in der ganzen B-Klasse hat unten Links, das kann doch nicht wahr sein. Ich war sogar im Mac-Abenteuer-Club und da konntest du Macs sammeln und Macs waren halt immer so Punkte für gute Taten. Also da wollten sie halt die Kinder so irgendwie quasi animieren, einmal abwaschen, auch mal über die Straße helfen etc. Das gab dann halt zwei Macs oder fünf oder sonst was. Und irgendwann gab es sogar eine Kassette, die dann halt von, ich glaube, damaligen hoch dekorierten Kindersynchronsprechern halt gespielt wurde. Und die haben gespielt, als ob die gerade so einen Radiosender das erstmal auf die Beine stellen. Und mit Quiz und Gäste und all so einen Scheiß. Und die gab es ausschließlich nur für Kinder aus dem Mac-Abenteuer-Club. Die gab es nicht zu kaufen, diese Kassette. Und die hatte ich damals. Das war halt echt geil. Ich glaube, danach habe ich es nicht mehr gemacht. Die hatte echt so ein böses Album mit den ganzen Macs eingeklebt. Teilweise habe ich auch gelogen und habe gesagt von wegen, ja, ich habe heute jemandem geholfen. Und dann habe ich zwei Macs und habe dann abends immer gehofft, dass der liebe Gott das nicht sieht. Ich glaube, das ist einkalkuliert, dass die Kids sich da was zusammenlügen. Aber das sagt mir gar nichts mehr, dieses Punkte-Sammelprogramm. Naja, ich meine, das war halt dann auch nur, wenn du halt He-Man und dem Mac-Abenteuer und sonst was klubst. Aber ich denke mal, das gab es dann, könnte ich mir vorstellen, von allen möglichen. Ich hatte ein paar Ausgaben im Limit. Musste kennen Comic-Action-Abenteuer. Was für ein Dreck. Aber da war ich halt auch schon, das war schon Anfang 90er, ne? Ja, irgendwie so 91, 92 muss es gewesen sein. Ich glaube, gehört, aber ich hatte es nicht. Aber so richtig meins war, so habe ich. Ich kam da auch nicht rein. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie Basketballhefte geholt und da habe ich auch keine Info draus gelesen. Sondern ich habe einfach nur die riesen Poster gesucht und mein Zimmer damit tapeziert. Also aber auch mit Basketballspielern. Wrestling-Poster hatte ich. Was hast du? Wrestling-Poster. Oh, cool. Macho Man, Randy Savage. Hatte ich gar nicht. Bei mir war eine Wand komplett mit Jean-Claude Van Damme zugetackert. Also auch die kleinsten. Also damals gab es ja quasi das Internet nicht und kein Drucker und irgendwas. Und da hast du aus einer Fernsehzeitung, wenn da halt irgendwie Blattsport lief, hast du diesen zwei mal zwei Zentimeter Beitrag ausgeschnitten und an die Wand gepinnt. Oh Gott, ich hatte doch eh eine Pinnwand. Ja klar. Jeder braucht eine Pinnwand. Ja. Ich hatte alles voller Reißzwecken. Ich habe diesen Daumen, der fast rechtwinklig bei mir geht, auch glaube ich einfach nur aus meiner Jugend und Kindheit. Weil ich halt alles mit dem Daumen und die Reißzwecke angedrückt habe. Ah, und dann schön mit einem Fingernagel drunter, um sie wieder rauszuziehen. Wie viele Fingernagel sich gehoben haben. Oh, 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 der ist so fest. Bis man irgendwann auf die Idee kam, Messer zu nehmen. Bei meiner Schwester war alles voller David Hasselhoff. Sie hatte, glaube ich, auch den Starschnitt. Das fand ich auch mal geil, die Starschnitt-Action. Das ist ja auch dieses Sammelding, das ist ja zum Schluss dann plötzlich echt original. Und Ghostbusters habe ich nachgemacht von meiner Schwester, die hat den Original, also den Schriftzug hat sie halt einfach nur, also sie kann halt super gut zeichnen, konnte es damals schon, und hat diesen Schriftzug Blatt für Blatt halt aufgeklebt, aufgeschrieben und dann halt ausgeschnitten wie Dings. Hat es riesengroß über ihr im Bett gehabt oder über ihr irgendwas. Und ich hatte das dann halt mit meiner Krickelschrift nachgemacht und hatte dann so Ghostbusters in, also wie du vorhin sagst, aus dem Mosaikwerkstatt halt irgendwie. Ich hatte tatsächlich auch ein paar Ghostbusters-Figuren, glaube ich. Ich hatte immer so Random-Action-Figuren zusammengestückelt aus allem Möglichen. Ich hatte das nicht, aber meine Schwester hatte, glaube ich, drei oder vier aus der Scary-Ghostbusters-Reihe, wo sich alle erschrocken haben. Die Figuren war normal und konntest du drücken und drücken. Stimmt, du drückst auf die Arme und dann ist der Kopf hochgegangen. Ja, genau. Die hatte ... Ich weiß noch, dass du den Talentfighter zum Heißspiel hatte von He-Man. Und der, haben wir, glaube ich, schon mal darüber geredet, sah ja original so aus wie der Abflex, den es dann später gab. Das Ding, was du dir einfach nur gegen den Bauch drückst ... Hat so ein bisschen was von Ringfit, ja. Ja, und das Ding ... Ich habe damals gedacht, das ist ein Talentfighter. Die haben sich doch inspirieren lassen von, weiß ich, Mattel wahrscheinlich. Ich glaube, es ist Mattel, ja. Mattel oder Hasbro. Und was damals auch ... Also ich hatte es nicht, aber ich glaube, Henning hat es ganz viel gehabt und sein Bruder Stefan. Ich hatte das als Ritter-Version. Diese vielen kleinen Militär-Plastik-Figuren. Ja. So halt irgendwie ein Soldat, der steht, Soldat mit einem Gewehr, Soldat, der schießt, Soldat, der liegt. Also die ganze Kriegsspiele, das durfte ich nicht, sowas durfte ich nicht haben. Deswegen hatte ich auch bei Himmel nur die guten Figuren. Und ich hatte auch keine Waffe. Ich habe mir irgendwann, glaube ich, von einer Bekannten, die hatte zwei Spielzeugpistolen mit diesem Knallpapier drin. Die hat dann immer auf den ... Ja. Und eine habe ich ihr abgequatscht, damit ich die ganz heimlich halt irgendwie ... Weil ich dachte, ich will, bitte, ich will auch ... Und ich hatte halt so viel aus Holz mir in Anführungszeichen nachgebastelt. Kumpel, der Bruder, also Hennings Bruder Stefan, der hat halt irgendwie ziemlich gut mit Kette und sowas, hat sich ein Chaco, nun ein Chaco gebaut. Und wir fanden das halt so geil, bis wir irgendwann gemerkt haben, wenn du da einmal falsch abziehst, wie das zwiebelt. Voll geil. Ja. Also wie viele sich da einfach mal, weil es halt einfach ein massives Stück Holz war und eine Kette, wahrscheinlich irgendwie die ersten Mal einen Besenstiel zersägt. Und dann halt irgendwie so eine Baumarkette, aber trotzdem hast du dir ja echt einen Katz geholt. Also ich meine, selbst wenn du es halt richtig machst, weißt du ja, also dieser klassische Schwung hinter den Arm und dann Fang in der anderen Hand, weißt du ja, wie scheiße das ist, wenn du es auf die Finger bekommst. Was halt zwangsläufig passiert, wenn du es ... Boah, die Kapsel. Au! Ja, stimmt, sowas. Ja, oder ich habe einfach irgendwelche dummen Stöcker zu Hause gehabt und das als Keule oder als Kampfbostab oder irgendwas. Was hier? Ja, ja, ja. Schon durch? Das waren wir noch so, dann sind wir in einer Stunde. Aber was ich eigentlich sagen wollte, diese kleinen Figuren, hatte ich kleine Ritterfiguren, weil mein leiblicher Großvater, Opa, hat mir damals halt eine Ritterburg komplett alles selber gebaut mit Verlies und sowas. Und das hat er so, weil er halt auch so ein, wie heißt das, Miniaturbastler? Miniaturbastler? Nein. Weißt du so? Naja, was meinst du denn jetzt? Also diese Modelle. Ja, die halt auch die ganze Zeit, genau, Modellbauer. Modellbauer, ja. Ja, genau, Modellbauer war. Der hat halt auch irgendwie eine Chester nachgebaut und so ein großes Schiff und alles. Das hatte ich zweimal, zwei, dreimal. Das ging jedes Mal voll nach hinten los. Hast du es selber gebaut oder hast du es? Ja. Das ist auch krass. Das ist halt echt ... Da braucht man schon ein bisschen, also mehr handwerkliches Geschick und Geduld vor allem. Ja. Als man die erste Schicht Lack trocknen lassen. Läder, jetzt ist nicht Lack trocknen lassen. Und diese ganzen Dinger da aus dem Grundgerüst da rausbrechen. Ja. Und diese kleinen Nupsi-Abstände noch irgendwie einig entgraten, was du ja auch nicht machst. Ja, oder abfeilen. Ja, genau. Revel, oder Revel heißt die Firma, glaube ich, hier jetzt ganz groß, die so ganz neue Modelle macht. Ja, ich hatte das auch nicht, weil das halt meist Kriegsspiele waren. Und deswegen war ich sehr fasziniert. Und einigen Stefan hatten die und dann hatten die halt ein U-Boot und sowas. Und das ging ja halt einfach nur ewig, um dieses Scheiß zu bauen. Ja. Weil wenn das da war, dann haben die meist irgendwo hingestellt. Und ich habe dann irgendwie meist ganz neidisch bei ganz vielen Sachen, wie auch Computerspiele hatte ich ja auch lange nicht, war ich immer nur das Kind, was daneben saß. Und immer nur geschaut hat. Bis ich dann immer gemerkt habe, zuschauen ist auch geil. Also wie oft ich bei Biohazard, also die ersten Anfänge von, wie heißt das nochmal? Resident Evil. Genau. Zugeschaut habe. Ich war so froh, dass ich nur zuschauen musste, weil ich bin so kaputt gegangen. Immer wenn nur dieser Bildschirm schwarz war und diese schlecht animierte Tür sich öffnete. Und das ist fuck, 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 fuck. Schön ist, ich weiß nicht, ob du das in letzter Zeit, also als Erwachsener mal gesehen hast, die Anfangssequenz vom ersten Resident Evil, die ja mit Schauspielern gemacht ist. Das Original ist. Ja. Ja, erkenne ich noch. Ja, also ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wie die war. Guck's dir mal an. Das ist große Kunst. Also ich möchte nicht sagen, das könntest du so eins zu eins auf Netflix umsetzen, aber irgendwie schon. Aber wenn jetzt uns irgendwer fragen würde, also Computerspielen. Ja, aber wir würden, ach Gott, das ist echt. Wie Laubisch damals sich geschämt hat. Und ich dachte im Nachhinein, hallo, voll geil. Synchro von Computerspielen würde ich definitiv machen. Aber der alte Stock-EM-Arsch. Ja, ich übertreibe. Ja. Ja. Aber es sind jetzt nicht viele Spielsachen, muss ich sagen, die wir hatten. Nee, aber ich glaube, mir fällt es halt immer so stückelweise ein. Ich habe jetzt nicht so. Hattest du Sportspiel-Sachen, Bälle, Tischtennis, irgendwie so ein Scheiß? Tischtennis war ich ganz groß, ja. Tischtennis hatten wir auch. Wir hatten irgendwann eine Platte, glaube ich, gebraucht gekauft. Und die war dann halt irgendwann wellig im Garten. Ja, bei uns war im Schilmbaier Regen draußen stehen lassen. Nee, wir haben die reingeräumt. Sicher, weil die sieht aus wie eine Halfpipe. Ja, das muss in der Garage passiert sein. Ich nehme mal das Bügeleisen kurz mit. Tschüss. Das ist immer geil, wie man als Kind immer so Sachen versucht hat zu vertuschen. Oh ja. Oh, das gibt bestimmt Ärger. Ich hatte mal so eine, es war wie ein kleiner Plastikkoffer. Wenn du aufgeklappt hast, war das so über zwei Ebenen so eine, wie soll man sagen, wie so eine kleine Bergstraße, die so hochging. Dann war eine Autowascheinlage, dann konntest du umhauen und dann konntest du da parken. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe gerne kleine Feuer immer gelegt. Und ich habe da mit Streichhölzern genau auf diesem Plastikding Feuer gelegt. Und dann habe ich das immer wachsleicht getränkt. Und dann wollte ich runtergehen und wollte den Pflanzensprüher holen, um die Pflanzer zu benetzen, um das zu löschen. Aber als ich hochkam, war das schon ein bisschen zu spät. Also dann hat das Plastik schon gebrannt. Ich weiß nicht, eins habe ich glaube ich schnell löschen können, die ich mit dem Koffer einfach geschlossen habe. Und dann habe ich glaube ich, ich glaube das konnte ich vertuschen, aber nicht lange. Nee, ich brauche das nicht mehr, ich spiele damit nicht mehr. Aber Feuer echt öfter, also auch als ich gemerkt habe, dass du sehr gut köcheln kannst, wenn du Teelichter in dieser Aluhülle so hast, dass du dir so ein kleines Stöfchen baust und oben das Wachs zum Kochen bringst. Weil dann ist ja der Dampf schon entflammbar. Und da habe ich dann immer Scheiße mitgemacht. Mit Streichhölzern gekokelt oder mit, nicht Streichhölzern, mit Zahnstochern. So ein Blödsinn. Feuerspiele, das war auch mal echt. Da habe ich mal ein Bad eingeschlossen. Das ist direkt am Wasser, jedenfalls was passiert. Alter, sehr smart. Ich sah schön am Holztisch neben mir Teppich und Papier und fing dann halt an, auch gerne mal. Einmal habe ich auch gerne, ich weiß nicht, ein dummer Brand ist passiert, dass ich ein Streichholz genommen habe. Habe den nur angezündet, habe dann gedacht, die gehen ja mal aus. Und beim Anzünden habe ich den direkt in meinen Papiermülleimer geschmissen. Und da habe ich geschaut und da habe ich gemerkt, der qualmt. Und da habe ich gedacht, ach nee, der flackert ein bisschen. Cool, dann gehst du runter und holst mir die Spritzpistole und dann hoch. Und dann brannte halt schon der ganze Papierkorb. Den habe ich dann halt irgendwie bis zum... Das ist auch so ein bisschen wie in so einem Sketch. Du gehst dann mit der absoluten Seelenruhe runter, während die Familie am Frühstückstisch sitzt. Nee, du darfst dir nicht auffallen. Du darfst dir nicht rennen. Ich benutze mal meine Pflanzen. Hausaufgaben können wir später drüber reden. Schlenders zurück und das ganze Zimmer steht in Flammen. Und dann habe ich halt diesen Papierkorb, der geilerweise wirklich Korb war, habe ich dann halt irgendwie ins Badezimmer tragen können. Und dann war der halt so heiß, dann ging es halt nicht mehr. Dann konnte ich den nur von unten in die Wanne stellen und dann habe ich halt den gelöscht. Dann musste ich aber runtergehen, weil ich glaube, meine Mutter oder sowas irgendwie schon ganz nervös gefragt hat, ob alles okay ist. Weil Feuer war meist bei mir die Adresse so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, mir ist da was angebrannt. Ich habe aus Versehen das Streichholz genommen und dann bin ich an der Packung vorbeigekommen und dann dachte ich, ich wäre es schnell weg. Ich hatte Kerzen und Feuer und Streichholzverbot generell dann irgendwann immer. Ja, aus gutem Grund, wie ich höre. Zu Weihnachten gab es halt immer wunderschöne Gestecke, halt auch für meine Schwester, für mich. Und ich hatte mal eins ohne Kerzen. Ich habe die Lupe ans Fenster gelegt und jetzt brennt mein Bett. Ich habe irgendwann auch aus Versehen ist mir ein Weihnachtskranz abgebrannt. Oh, das hat total ärgerlich, weil da war ich schon ein bisschen älter und hatte zwei Plattenspieler und habe den auf einen Plattenspieler gestellt. Und der ist halt in den Plattenspieler reingeschmolzen, dass der richtig gebrannt hat, dass der nur noch zwei, drei große T-Shirts draufschmeißen konnte und die dann mit Wasser getränkt. Also ich war dann immer relativ smart im Löschen. Aber das fand ich ärgerlich, weil das war mein ganzes DJ-Set, also halbes DJ-Set, was da abgebrannt ist. Wer weiß, was heute aus dir geworden wäre, wenn ich deine Plattensammlung eingeschmolzen wäre. Ich fürchte, wir haben nur den Oberflächen angekratzt. Ich glaube, da ist noch ganz viel Dummspiel. Hattest du Waffen, irgendwie Waffen gespielt? Ich hatte so eine Cowboy-Pistole, also hat so einen Wildwest-Revolver genau bei diesem Papier, was explodiert. Aber das Maß an, ich sage mal in Anführungszeichen, gutes und böses Spielzeug hiebt sich bei dir die Waage. Ja, das war halt mir nicht so. Also da gab es nicht diesen pädagogischen Drang, man darf keine Waffen und Gewalt ins Spiel bringen. Nee, gibt es nicht. Wenn jemand auf dem Spielplatz Ärger macht, gebe ich ihm All the Yards of the Mat. Hast du gemacht? Ja, aber... Ich war nicht so ein... Würdest du das heute weitergeben, würdest du sagen von ihm, ja, hat mir nicht geschadet? Ich glaube tatsächlich so dieses, das Spielen mit Waffen halt so auszublenden und hat einfach auch... Das ist ja nicht nur bei Kindern drin, dass sie halt gern mit Waffen spielen, sondern auch Erwachsene sind ja fasziniert. Irgendwie auch, ne, ich bin Pazifist und so, ja, aber drück den Leuten am Set mal eine Waffe in die Hand. Und plötzlich ist jeder, ah, du, 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 du. Also es ist halt einfach drin, dass es faszinierend ist und es ist halt faszinierend. Ich glaube, du musst halt einfach das klarer kommunizieren den Kindern. Ja, Verbote sind schwierig, ne? Ja, also einfach dann das und so, ja, auch wenn du Ritter spielst irgendwie mit einem Plastikschwert oder so. Also das hat, ich hatte, glaube ich, tatsächlich mehr Plastikschwerter und sowas und so Plastikrüstungen und so Zeug. Stimmt, ich war, oh Gott, zu Fasching, damals wurde ich als Ninja oder als Musketier in die Schule geschickt mit so einem Plastikflorett oder einem Plastikkatana. Also davon hatte ich relativ viel. Ich bin als, wie hieß es damals immer? Es hieß nicht Karate Kid, sondern Aaron geht als Karate-Ass. So ist das Kostüm günstiger, weil wir keine Lizenzgebühren dafür zahlen müssen. Ich habe halt einfach nur meinen Kinder-Judo-Anzug angekriegt und dann halt irgendwie einfach nur so ein, einmal umgelegt und genähten schwarzen Gürtel. Und das dann nochmal als Stirn. Und dann war ich Karate-Ass. Klassisches Outfit auch für jeden Karate-Kar, ein Stirnband. In Amerika? Kennt sie nicht ohne, ja. Alter, also wenn du da irgendwie auf dem Land in so Karate-Schulen gehst, wo die Gürtel einem hinterhergeschmissen wurden, da bist du halt siebenmal da und dann hast du halt schon einen zweiten Dahn. Da hat der dann, der Profi dann aber auch, das ist immer so geil, wenn du siehst, eine Körperlichkeit halt wie so einen Klumpen Mett. Und dann, ja klar, wie würden die denn eine internationale Prüfung bestehen? Was ist denn darin, die haben ja diese vorgesägten Aufmaserung, Schlag aufs Holzbrett? Ja, ich hatte diese ganzen Bruchtests der Blödsinn. Und dann haben wir es mal aus Spaß gemacht, weil es halt, solange du das Brett irgendwie triffst, ist es durch. Ja, aber was für Bretter es auch sind, ne? Du schlägst ja immer auf die Maserung, so. Und denkst, ja. Ja, also ich, ich habe mich. Aber nimm eine Tonplatte mal in der Dicke oder so. Ich habe mich einmal verletzt dabei beim Bruchtest, wo ich das Brett gehalten habe für jemanden. Ja. Und er hat das mit einem Sidekick gemacht. Und er hat sonst Kickboxen gemacht. Aber hat er noch nie einen Bruchtest gemacht. Ja. Und das Brett ist so sauber durch und kam mir mit so einer Geschwindigkeit entgegen, direkt gegen die Nase. Also irgendwie mit Nasenbluten aus der Einheit. Also, aber ich habe, das schnappt halt durch wie Papier bei dem. Ja. Ja, naja. Mir ist eingefallen, so, was auch richtig cool ist, was ich letztens gelernt habe, weil die Kinder ja heutzutage überschüttet werden mit Spielzeug. Also vor allen Dingen bei Kindern, so, wo die Eltern nicht voll dabei sind und sagen, ja, das und das ist wichtig, das nicht, da können wir darüber kommunizieren. Sondern es sind Kinder, die wollen spielen Sachen und kriegen immer mehr. Und da ist ja Weihnachten auch immer echt pervers, was da halt liegt. Dass sie gesagt haben, von dem, was total wichtig ist, was diese Kinder nicht mehr können, ist Langweil. Weil aus der Langeweile entsteht Kreativität und dann passiert was. Und wir haben uns viel früher irgendwie den Scheiß gebastelt. Also ich weiß auch, dass ich... Allein wenn das Smartphone halt einen Griff weit entfernt ist. Ja. Also wenn ich überlege, damals Hochbett oder so, ist mir noch eingefallen, dass ich mein Fitnessstudio à la Jean-Claude Van Damme halt bauen wollte. Und hab dann halt mit einer alten Kordel und alte Boxen von meinem Großvater, hab ich halt Gewichte. Und dann wollte ich darin rumziehen. Die sind dann irgendwie rausgeknallt. Zum Glück nicht immer wieder auf meinen Fuß, weil das hatte ich auch schon mal. Aber dass ich halt irgendwie dachte, ich baue mir halt alles, was ja auch total geil ist. Ich hatte viele Bücher, die ich nicht gelesen habe, sondern immer gedacht habe, ich hebe die hoch. Ich hebe die hoch. Ja. Ach, der dumme Dirk, ey. So viel zur Gewichtung zwischen Bildung und Krafttraining. Der Kleine liest ganz viel Telefonbücher. Ich brauche sie, ich lese sie nicht. Warte mal, versuch mal Mitte durchzureißen. Oh, hab ich ja auch probiert. Waren ja irgendwie mal zwei Ottos dabei. Jeder, glaube ich. Wir hätten das, bis ihr dann irgendwann später gesehen habt, dass der halt ja immer hinten an der Bindung die gebrochen hat, um den Bangen zu reißen. Und ich hab immer gedacht, oh Gott, das ist halt übermenschlich. Übermensch. Wie gesagt, aber ja, gut, das ist jetzt so. Ja, das war Fünisse mit Dirk und Klaus. Wir sind Dirk und Klaus. Oh, ich schäme mich. Findet uns auf allen Podcast-Apps außer Spotify. Fünisse at gmail.com. Oder at Fünisse-Support auf Twitter. Ja, findest mit Dirk und Klaus. Auf YouTube. Ist ja Bescheid. Ja, oder ruft uns einfach an. Unsere Telefonnummer ist die 0141. Nein, das hatte ich aufgehört. Ich wollte es mit dem... Das hat dich aufgehört? Nee, ja, ich bin... Okay, jetzt. Ich mach den Gag nochmal. Unsere Telefonnummer ist die... Wir kommen zum nächsten Mal. Vielen Dank.